Herzlich willkommen wieder hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder zu mir her gefunden habt. Heute geht es weiter mit einem Rezept, was sehr einfach ist. Ich nenne das jetzt ab sofort ein Alex Rezept. Wenn also Alex Rezept im Titel steht, wisst ihr, dass das Essen immer günstig ist, geil ist und es gelingt immer. Es gelingt immer. Also fangen wir sofort damit an. Zuallererst geht es natürlich wieder mit dem Schnippeln los. Dann erhitzen wir Kokosöl in einer großen Pfanne. Fügen Zwiebeln und Knoblauch hinzu und schwitzen das kurz an. Dann fügen wir die Shrimps hinzu. Wenn die Shrimps fertig sind, geben wir sie in ein Extra-Gefäß. Und zwei Minuten später kommen Paprika und Bohnen. Und natürlich die Chilischote. Und das brät jetzt für weitere vier bis fünf Minuten. Jetzt kommt auch unser Gemüse aus der Pfanne. Und jetzt geben wir unsere Tagliatelle dazu. Nach zehn Minuten ist dann das ganze Wasser verkocht und die Nudeln sind al dente. Dazu können wir dann die Currypaste geben und die Kokosnussmilch. Das lassen wir jetzt nochmal für zwei bis drei Minuten köcheln. Und ganz zum Schluss kommt wieder unser Gemüse dazu. Das rühren wir jetzt für zwei Minuten unter und dann sind wir fertig. Das rühren wir jetzt für zwei Minuten. Das rühren wir jetzt für zwei Minuten. Ich suche ein Mensch, ein Mensch, ein Mensch, ein Mensch. Ein Pierre, ein Paul, ein Jacques, ein Tom. Und dann werden wir auf der בא wusste, ein飛 tamamen. Und dann hat er gesagt, ja